Die Strompreise zum Beispiel, die sind in den letzten acht Jahren um satte 61 Prozent gestiegen. Das liegt auch an der EEG-Umlage, mit der erneuerbare Energien gefördert werden oder besser gesagt wurden. Die bayerische Staatsregierung zeigt dem grünen Windstrom nämlich gerade die rote Karte. Seit zwei Wochen gibt es im Freistaat ein Gesetz, das einen Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern vorschreibt. Und der muss so groß sein, dass praktisch kaum ein neues Windrad gebaut werden darf. Nur bereits genehmigte Windparks, die dürfen noch entstehen. Ein ziemlich großes Durcheinander in Bayern und ganz viel Protest. Ulrich Berls berichtet aus Schäftlan. Es ist eine Bilderbuchlandschaft rund um den Starnberger See. Doch die Idylle ist in Gefahr. Mitten im Landschaftsschutzgebiet sollen vier Windräder gebaut werden, jedes mehr als 200 Meter hoch. Die Nachbargemeinde Berg will sie direkt an der Grenze zu Schäftlan errichten. Nicht nur der Naturschutz werde mit Füßen getreten, sagen die Bürger von Schäftlan. Auch ihre Rechte würden einfach übergangen. Warum müssen diese Windräder gebaut werden in Gegenden, wo intakter Mischwald vorherrscht, wo artengeschützte Tiere leben? Erst hieß es, ein Rotmilan, Projekt gestorben. Jetzt haben wir mehrere Rotmilane, Projekt ist nicht gestorben. Es wird einfach durchgepeitscht auf Biegen und Brechen. Ja, wir wollen raus aus der Unkraft, aber wir schaffen es nicht mit Windkraft. Und das ist das Wichtige, was wir begreifen müssen. Die neue 10H-Regel, die die CSU jetzt beschlossen hat, soll genau solchen Unmut verhindern. In Zukunft muss der Abstand zum nächsten Wohnhaus zehnmal so weit sein, wie das Windrad hoch ist. Ein 200 Meter hohes Rad bedeutet also zwei Kilometer Abstand. Doch für die Windräder von Schäftlan gilt das noch nicht. Die Genehmigung war schon vor dem neuen Gesetz da. Der Bauherr kann sich vor Protesten kaum retten, aber er bleibt standhaft. Selbstverständlich wird man diese Windräder mit der Höhe sehr weit sehen. Aber mit welchem Recht dürfen wir hier bei uns sagen, wir brauchen die Energie, wir verbrauchen Energie, aber wir wollen nicht sehen, wo die Energie herkommt. Was die Kritiker so erbost, der gleiche Bürgermeister klang vor drei Jahren noch völlig anders. Diese neue Generation von Windrädern bis zu 200 Metern Höhe, das sind Monster. Dem ist so. Die neue 10H-Regel führt zu einem Hin und Her in Sachen Energiewende. Dass er die Windkraft auch kritisch sieht, hatte der Ministerpräsident allerdings schon im Landtagswahlkampf vor einem Jahr offenbart. Diese wunderschöne bayerische Landschaft und Natur lasse ich nicht planlos verspaggeln. Ortswechsel. 50 Kilometer westlich des Starnberger Sees, Fuchstal-Kreis-Landsberg. Auch hier waren vier Riesenräder geplant, doch die Nachbargemeinde erhebt jetzt Einspruch. Der Windpark ist nach neuem Gesetz 200 Meter zu nah. Der verhinderte Bauherr kocht. Also gerade die Gemeinden, die jetzt in die Planung eingestiegen sind, die sich Gedanken gemacht haben, das nicht einem Investor zum Überlassen, sondern das selber durch zum Zirger, sprich die Gemeinde baut die Anlagen mit Beteiligung der Bürger, tut mir leid, habe ich kein Verständnis. Einfach niedriger zu bauen ist keine Lösung, denn in weiten Teilen Südbayerns weht zu wenig Wind. Die Gemeinde Fuchstal hat seit Monaten einen Testmasten aufgestellt. Das Ergebnis ist eindeutig. Heißt das, im relativ windarmen Südbayern brauche ich besonders hohe Masten, um überhaupt eine gescheite Windausbeute zu kriegen? Umso höher, umso besser. Zurück nach Schäftlan. Die Bäume an den vier Standorten sind bereits gerodet. Trotzdem kämpfen die Bürger weiter. Warum man nach altem Recht noch etwas bauen darf, was nach neuem doch verboten wäre, verstehen sie nicht. Die 10H-Regelung ist ein Meilenstein zum Schutz des Menschen. Und mittelbar wird damit auch die Natur geschützt. Denn wenn Abstände zu den Siedlungsgebieten errichtet werden, wo keine Anlagen stehen dürfen, ist diese Natur, die dazwischen steht, auch geschützt automatisch. Raus aus der Kernkraft ja, Monsterwindräder nein. Die Politik hat sich in eine Zwickmühle manövriert. Jeder will die Energiewende, aber niemand ist bereit, den Bürgern Lasten aufzubürden. Oder gar Landschaften zu opfern.